Hallo meine lieben Freizeitstrategien da draußen und herzlich willkommen hier zurück beim Bund der Hellen in Imperat Rom. Ja, wir haben Krieg hier mit Kappadokien und Kappadokien ist deutlich stärker als ich es für möglich gehalten hätte. Es ist nicht so, dass wir das jetzt nicht gewinnen können, aber unsere Heere sind auf dem Rückzug, was schon mal sehr, sehr uncool ist. Ich bin gerade eben am überlegen, wie ich am besten jetzt hier nochmal mit Soldaten eventuell die Sache vielleicht drehen kann. Zu diesem Zweck sollte ich auf jeden Fall noch mal ein paar Truppen aufstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf, acht, neun, zehn. Fangen wir mal hier mit zehn von den Jungs an. Mit schwerer Kavallerie kann ich leider nicht dienen. Lef hatten ja auch nicht, wie wir wissen. Mit leichter Kavallerie ist gerade eben leider auch nicht viel zu machen. Wir können eigentlich nur mit Bogenschützer und mit leichter Infanterie. die jetzt hier noch irgendwie agieren. Also machen wir das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau. Sieben, acht, neun, zehn. Und dann noch ein paar Bogenschützen oben drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Haben wir nochmal für 30.000 Mann jetzt hier Männer ausgehoben. Die werden wir dann hier rüber schüppern. Wo sind denn meine Flotten gerade eben? Naja, Flotten. Eine haben wir ja verloren, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist auch ziemlich uncool. So, und wir haben jetzt noch einen zweiten Krieg am Start. Und zwar hier den Krieg hier oben. Den, äh, Mösischen Krieg. Der, keine Ahnung, was die sich denken. Ich hoffe einfach, dass das hier meine Untergebenen hier hinbekommen. Aber, das ist auf jeden Fall so ein typischer Krieg, wo uns einer so richtig rein drücken will, der der Meinung ist quasi, hey, wir sind hier doch eigentlich schon ziemlich krass unterlegen. Irgendwo hat eben da oben genau eine Schlacht gewonnen. Völlig vergessen, dass da oben noch eine Schlacht läuft. Boah, wie viele da noch kommen. Albanischen Truppen kommen da. So, wir verlieren ja auf jeden Fall gerade eben Truppen, aber der Gegner verliert noch mehr. Problem ist bloß, dass die Moral von ihnen überraschend weit oben bleibt. Also wirklich überraschend weit oben. Trotz dieser wirklich brutalen Verluste, die sie erleiden. Und wir verlieren diese Schlacht jetzt höchstwahrscheinlich dadurch, dass uns die Moral ausgeht. Was ich echt entsetzlich finde. Kann ich diese Männer eigentlich irgendwie rausziehen oder so? Ich würde sie sehr, sehr gerne rausziehen. Ja, ja, ich gebe diese Schlacht, wie gesagt, auf. Die sollen jetzt erstmal wegrennen. So, jetzt stehen wir diese 87.000 Mann. Ich will jetzt hier erstmal nochmal wieder auf verschiedene Landstriche teilen. Die müssen nämlich jetzt erstmal ihre Moral wieder aufbauen. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier haben wir jetzt all die Truppen zusammen. Die packen wir jetzt alle mal hier hin. Oder ist das so eine schlaue Idee? Ja, ja, das ist eine recht gute Idee. Dann, äh, flotte dahin zum Abholen. Da kämpfen wir uns hier gerade nochmal unsere Verbündeten. Da kommen wir 60.000 Mann. 20.000 Mann hier. So, also wie gesagt, unsere Männer müssen jetzt eigentlich erstmal ihre formale Deite Moral wieder auf die Kette kriegen. Nicht so gut. Ich muss mit dieser Flotte hier leider drin stehen bleiben. Ja, 20.000 Mann sind eigentlich gar kein Thema. Die könnte man schlagen. Brauchen wir halt einfach nochmal einen Monat oder sowas in der Art und Weise. Also nochmal einen Monats-Tick an Moral. Die Männer passen eigentlich rein. Ja, das ist eigentlich gerade eben sogar ganz günstig. Also ich warte jetzt einfach ganz, ganz kurz hier. Und hoffe, dass wir das jetzt hier gleich hinbekommen. So, und jetzt springe ich mal auf den Dödel da drauf und mache den da platt. Hoffe, ich mache ihn platt. Ach, gucke mal, wer da rumsteht. Gucke mal, wer da rumsteht. So, völlig uneingeladen. Völlig uneingeladen, alles klar. So, also wenn wir jetzt diese 20.000 Mann hier schon mal stellen und auseinandernehmen können, dann sage ich schon mal nicht nein. Sondern wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Monat allein, um da hinzukommen. Das bedeutet, wir bekommen da jetzt hier wahrscheinlich... Genau, nochmal einen kleinen Moralschub. Wir haben eigentlich sau viele Männer. Sollte er nicht meinen, dass das hier zu irgendwas gut ist. Ja, das dauert, das hat relativ lange wegen der... Boah, guck mal, also die Kasschen hier hat 1500, 1700 Ticks gleich am Anfang. Mit einem Stackwipe hin hier. Wenn das kein Stackwipe ist... Es ist kein Stackwipe. Es ist faszinierend. Dieses Spiel ist manchmal sehr, sehr kurios. Mhm. Dann noch da hin. Ja, wir müssen jetzt die Truppen halt hier alles erstmal wieder verteilen. So, die Jungs hier müssen die Moral aufbauen. Und dann schlagen wir die da drüben jetzt endlich mal weg. Frühgehen hat er nicht mehr verloren. Ähm, was bekomme ich denn hier Schönes? Ein... Ich finde es gerade eben, ich bin gerade eben so doof. Marktplatz, Marktplatz. Hier oben. Warum nicht? Da wird noch gefightet. Also wir werden jetzt erstmal das hier jetzt hier wieder zurückerobern. Hier so Stück für Stück, würde ich einfach mal behaupten. Das kann man mal machen. Alle da rüber. Guck mal, habe ich denn da jetzt eine Flotte angewählt? Was soll denn der Käse? War ja so nicht geplant. Ja, ja, wir haben die Belagerung verloren. Das darf ja nicht wundern, in der jetzigen Situation. Sag mal. Äh. Viel zu viele Meldungen am laufenden Band. So, wir nehmen sie Disziplin. So, die Götter sind uns gnädig. Juppdi-Doo. Die können ja gerade eben gar nicht erobern. Faszinierend. Ach, da ist eine Festung. Ja gut, das ist eine verdammt gute Erklärung dafür. Deswegen müssen die jetzt hier auch außen rum gehen. Wir nehmen jetzt mal das da. Wie gesagt, wir haben noch nicht verloren. Auch wenn es gerade eben düster aussieht. Wir sind nämlich größer als das erste Anschein. Oder ja, wir halten natürlich die Olympischen Spiele ab. Und jetzt greifen wir hier an. Ich hoffe, der Junge kriegt das hin. Obwohl, wir haben das ein Zehner General. Zehner General ist nicht gut. Dann müssen wir sehr viel mehr Truppen kommen. Sehr viel mehr. Ach, da findet gerade eine Schlacht statt. Dann sollten wir da mal mitmischen. Weiß gar nicht, wo diese Typen auf einmal hergekommen sind. Finde mich gerade eben so ein bisschen überraschend. Komm, marschier da mal rein, so schnell du kannst. Ob ich den Kampf hier verlieren. Irgendwas mit freiemännern. Eine große Gruppe von freiemännern hat die Stadt Tauresium in Dardanien verlassen, um sich in Orneu in der Europa wiederzulassen. Obwohl uns mehr Arbeiter guttun würden, sind die Männer und Frauen aus Ordanien für die wilde Eskapaden. Wir könnten daher Probleme verursachen. Für 50 Militärmacht und jede Menge Geld verlieren. Dann kommen wir dann so ein sehr abgehauen. Da braucht es keine Unruhe. Dass man halt auch nicht die Militärmacht verliert, finde ich eine tiefe Nummer, ey. Okay. Ja, die Erobern ist halt hier erstmal wieder zurück. Genauso wie wir. Wir erobern ist erstmal genau wie wir zurück. So, wir schicken jetzt unsere Gruppen wieder vorwärts. Wir haben ja genügend davon. Sobald wir das hier haben, also es wird schon wieder hier irgendwie gespeichert oder sowas. Wir müssen auf jeden Fall das Gebiet da drüben, um was es eigentlich geht, erobern. Ansonsten ist das nämlich alles ziemlich von Arsch. Eigentlich können wir da jetzt schon mal hinmarschieren. So, marschiert ihr doch einfach schon mal dahin. Hier Stück für Stück. Können wir da auch schon mal draufstellen. Der macht das hier voll. Da stehen 25.000 Mann, die ich nicht bestellt habe. Die haben natürlich nicht gewonnen, logischerweise. Wir schlagen jetzt diesen Verein hier. Irgendwo hier kommt es jetzt zur Schlacht. Wie schnell hauen die uns eigentlich? Ich finde es schon lächerlich. Ich finde es schon lächerlich. Weil auch nur ein 5er Gen, ne? Das war gerade eben schon lächerlich. Auch jetzt schon wieder, würden sie uns besiegen. Haben die denn von den Militärtech? 9. Und wir haben... 20. Also ganz im Ernst. Nicht nachvollziehbar. Nicht im geringsten nachvollziehbar. So, jetzt haben wir diese Schlachtel gewonnen. Aber ohne Witz. Also... Das war schon wieder so ein Niveau von... Unverständlich. Das sei, dass es am Berg lag oder sowas. Hallo? Ne, wir belagern gerade eben. Das sind so ein Gelände hier. Das ist eine Ebene. Hier zumindest. Schwer nachvollziehbar. Das Ganze. Ihr Jungs, ihr müsst auch noch nachziehen. Und der nix, wenn ihr da hinten rumsteht. Nehme gerade eben nicht ganz sicher. Warte mal, ich ziehe auf jeden Fall. Die gucken jetzt hier mal auf das Schiff. So, nach und nach nehmen wir jetzt, wie gesagt, das alles hier wieder ein. Oh, hello. Und da zur Schlacht oder nicht? Nicht zur Schlacht. Aber mal vorsichtig seine Männer jetzt hier mal stehen lassen, ne? Aber mal abwarten, was passiert. Nachziehen lassen. Die müssen jetzt auf dem Schiff sein. Sind sie jetzt auch. Rüberschippern. Dann steht noch mal 30.000 Mann. Okay, es kommt zum Gefecht. Du gehst jetzt da hin. Und du gehst auch da oben rein. Ja, sag mal, hier wird es so eine richtig geile Völker. Boah, es sind die 40.000 von denen zuerst natürlich drin. Das geht jetzt hier gut zur Sache. Okay, wir müssen wirklich alles da reinschmeißen. Wir müssen alles da reinschmeißen. Da geht nichts anderes. Eine Entscheidungsschlacht einfach. So, jetzt haben die nochmal. Aber wir haben doppelt so viele Männer. Und wir bekommen natürlich noch eine gute Unterstützung. Also so langsam aber sicher zehren wir sie aus. Das sind dreimal so viele. Kommen wir gleich noch mal 25.000 Mann. Das will ich doch meinen, ey. Das kommt die einfach in den Hafen. Oder auch nicht. Das ist noch nicht mehr als die Zeit. Kommt ja automatisch in den Weißen Frieden. Das ist noch Pause, was soll man scheiß. So, Schlacht gewonnen. Schlacht Nr. 1 gewonnen. Da kommt es hier gleich nochmal zu einem Battle. Ich weiß nicht warum. Da ist irgendjemand reingeflohen. Okay. Sei es drum. Oh. Die Kunde. Jetzt können wir hier erstmal. Die Rehm Disziplin. Schick dich ja mal lieber irgendwas, was ich mal meinen Männern auf dem Land hilft. Das könnte man mal ein bisschen helfen. So, wir müssen jetzt hier wie gesagt dieses Land hier so schnell wie möglich einnehmen. Die Zeit haben wir nicht mehr. Einnehmen. Einnehmen. Die Zeit haben wir noch. Ah, Kriegstil ist wieder umkämpft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt gibt es hier keinen Weißen Frieden mehr. Genau das wollten wir nämlich verhindern. Und wir haben es verhindert. Jetzt müssen wir halt bloß mit der Armee hier beieinander bleiben. Das war schon echt eine Nummer gerade eben. Das war gerade schon echt eine Nummer. So, was haben wir das hier auch? Da hoch. Ich habe einfach nur den Fehler am Anfang gemacht. Ich habe mich zu sehr, glaube ich, aufgeteilt habe. In zwei verschiedenen Stellen gekämpft habe. Ja, ja, sollen die doch da drüben ruhig. Das ist mir relativ Wumpe. Das kann mir auch relativ Wumpe sein. Das ist auch schon uns. Jetzt hier bloß ein bisschen aufpassen, dass es hier nicht schon wieder zu dieser Szene kommt. Das hat uns ganz schön Manpower gekostet, dieser Krieg. Aber unser Gegner ist mehr als ausgeblutet. So, die haben die Blünderung für Tyreion. Oh. We can say we don't care. Das haben wir auch. Vorrücken. Und vorrücken. Das ist ein Krieg, der wird noch eine Weile dauern. Habe ich einfach so ein Gefühl. Der ist nicht gleich entschieden. Run, bitch, run. Dann gab es da jetzt ein Stackwipe. Wir müssen sehr aufpassen. Da laufen nämlich noch mal ein paar größere Truppen rum. Wie wir gerade sehen. Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt hier diese Truppe hier schlagen. Wir müssen einpreisen hier. Da kann ich nicht mal hin. Okay. Soll mir recht sein. Wie gesagt, wir stellen es die Truppe hier. Kommt hier zum Gefecht. Und wir brauchen da reinzukommen. Das ist echt ein düster. Und diese Schlacht haben wir auch gewonnen. Das ist schon krass. Kann nicht mal darüber. Ich muss echt über dieses Feld laufen. Das ist sehr, 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 sehr. Rück. Was? Wir heben die jetzt aus. Mehr Soldaten sind immer gut. Was haben denn die für eine Strategie am Start? Wie dämlich ist das denn? Ist ja sowas von total nutzlos für diese Armee. Die ist offensichtlich noch nie eingesetzt worden. Okay. Wir machen jetzt hier mal zwei Stück auf das da. Schwere Infanterie zuerst. Und dann die schwere Kavallerie als zweites. Unglaublich. Alles da drauf. Hier wird immer noch belagert. Es kommt jetzt zum Gefecht. Okay. Der hebt jetzt hier leicht die Infanterie aus. Pause. Ich habe echt so die Schnauze voll. Ich will diesen Typen jetzt hier stellen. Ich den? Nee, den kriege ich nicht. Jetzt kriege ich ihn auf jeden Fall. Ich habe die Armee einfach mal so in der Sekunde geschlagen. Ja, nee, ist klar. So, hier versuchen wir es wieder zurückzuhoben, die wir sehen. Ich muss auch rüber gehen. Ich finde es echt interessant, dass durch sowas keine Slack-Vibes mehr verursacht werden. Äh, du gehst da hin. Äh, du gehst da hin. das ist krass waren wieder irgendwo siegreich 27.000 an die karne bestellt hat wir haben das jetzt hier endlich gewonnen moral unsere männer soll aber beim teufel so jetzt dahin wenn nun teil dieser gegnerischen ländereien hier sein muss belagern das haben jetzt auch gewonnen dahin jetzt haben nämlich endlich auch das kriegst die leute wir haben das kriegsziel vollständig belagert aber kabadopien zu erobern wird echt noch eine nummer für sich das kriegen wir auch in dieser folge also das ist ein echt langer krieg das können wir definitiv so festhalten das ist ein langer krieg war mal was kostet mich das hier das auszuheben nicht gerade noch so bezahlen würde diese armeen auf jeden fall haben wir genau das gleiche schwere infanterie schwere kavalerie als zweites und dann die britten und bogen schützen die flanke macht nahkampf jetzt dahin wir müssen ja immer noch im auge behalten das hier abgeht da muss ich jetzt hin sie da unten schlagen 30.000 mann ich hier nicht haben können will haben wollen kann so rum die schlacht hier wird dadurch wahrscheinlich gewonnen werden die schlacht hier haben wir auch noch mal die schlacht haben wir auch noch mal langsamer muss ich auf zwei unterstellen das ist unfassbar ich muss auf zwei unterstellen auch noch mal 20.000 meine söldnerin die ich hier hingeschickt habe die versehentlich wieder aufgelöst deren moral ist so schlecht deswegen werdet die gar nicht erst rein verlieren jetzt halt immer noch im tausender schritt hier männer ne das können die einfach irgendwann gar nicht mehr kompensieren und da rein hohe kriegsmüdigkeit das kauf mal runter da kommt es zur schlacht schnell dahin bevor wir diese schlacht verlieren wobei man sagen muss dass sie echt schneller männer verlieren als wir und wir immer noch mehr haben aber dieser krieg hier ist echt auslaugend muss auch wieder das marschieren raus machen das ist immer wieder so eine lästige sache genauso wie hier vergesse ich immer wieder dass ich das anhatte so da drüben ja wie gesagt die sind immer dabei hier zu erobern aber wir erobern jetzt erstmal ihre heimatländer rein sie können nicht so viel auf einmal von uns erobern wie wir bei ihnen behaupte ich jetzt einfach mal in meiner jugendlichen leicht sind wie kann das hier gerade im achso wie in der festung dahin du rückst dahin okay und ich würde mal sagen leute an dieser stelle machen wir jetzt einfach mal einen kleinen break wir haben es immerhin mal geschafft hier quasi in dieser folge hier die nummer zu drehen ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit bedanke mich für das bewerten des videos bis zum nächsten mal schöne zeit ne tschüss und ade bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal